Was glaubt meine OZ-Fighter Osirio und heute mit meiner ARMY, den OZ-Fighter, einen Livestream, Live Summons für LR-Tals. Wir nehmen, lieben Dank für die Bits, wir nehmen das Cosplay an. Freunde, ja mein Tals. Ihr wisst alle, dass ich Tals feiere, okay? Maboy Crypt, lieben Dank für das Zuschauen, was glaubt? Kommen Sie Tals, hrf. Ja, guck mal, guck mal. Ihr wisst alle, dass ich Tals feiere, aber da ist auch das Problem. Charaktere, die ich feiere, bei denen ist ein bisschen kritisch, dass ich die ziehe, aber ich hab eigentlich ein gutes Gefühl. Den hab ich, by the way, auf 100%. Wo? Bei einem Charakter, den ich gefeiert hab, bei seinen Thumbs, bei Cooler. Bei Cooler hab ich 1300 Zones reingesteckt, ihn hab ich Full-Dub gezogen, in Cooler's Banner. Aber kein einziges in Cooler, beziehungsweise nur 1.8300. Das ist das, was ich mein mit Charaktieren, die ich feiere, Leute, aber Leute, Tals, Alter, du bist in die Bicep, Alter, guck mal. Uff, Virus. Erster Mutti, sechster Spot, sagst du, Super Sane. Erster Spot. Nächster, es glaubt, mir geht's halt gut, mir geht's immer, boah, alles gut. Zweiter Spot. Dritter Spot. Ah, war drei. Genau, das. Dritter Mutti, Gruppstamm, okay, wir merken es uns. Persä. Vierter Spot. Fünf. Und jetzt, Leute. Okay. Okay. Das sind die Fighters Main, die damals T16 gemaint haben. Der Chef, der grabbed mich so richtig. Ah, ja, das war der erste Multin. Muss erst mal so ein bisschen cool sein, wie Tals hier, Alter. Was habt ihr eigentlich gezogen, Leute? Lasst mir auf jeden Fall gerne wissen, was ihr gezogen habt, falls ihr schon gesumpt habt, falls ihr noch zusammen seid. Ich wünsche euch auch sehr, sehr viel Glück. Vegeta! Ah, Vegeta, ich hab so Hoffnung. Oh, mein Boy. Faros, lieben Dank für deinen Subscriber. Hat was gehabt? Gerade noch rechtzeitig. Mäu, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen lieben Dank auch für die Wits, die gerade reingejobbt wurden. Ja, den wollte ich schon immer. Westi, lieben Dank für deinen Subscriber. Was geht ab? Ja, den wollte ich schon immer. Der hat ja, der hat doch sein E-See bekommen. Und Osoro sagt drüber, man sollte E-See überlegen, weil die so gut sind, die Super-Sane sagt. Ja! 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 Den wollte ich doch. Ich hab doch gar keinen einzigen von ihnen. Ja! Ja, Mann! Ja, den wollte ich auch. Oh, mein Gott. Den wollte ich auch. Oh, mein Gott. Ja, Alter. Alter, ich hab so Glück. Ja, den wollte ich. Ja, ey, der tut's. Oh, deine Fresse, Alter. Die mit der scheiß Powerboost. Warum runn? Nichts! Nichts! Junge, ich brauche mehr Power. Ja! Mann, hab ich krankes Glück gerade. Jawohl! Komm schon Gib mir noch ein SSR, den ich nicht brauch Ich hätt gern Argel Golden Freezer Komm schon Komm, Game Der hat doch letztes Mal in die Silbe kommen, oder? Komm Argel Golden Freezer Komm schon Komm, please Bitte Ich muss euch eines sagen, Leute Rote Äpfel kann ich eigentlich nicht essen Mein Mund kratzt davon Ich hab eine Allergie Eine leichte, kleine Mein Mund kratzt Und der Chef macht es nicht besser Sorry Lieben Dank für den Subscribe Kein Genern Lieben Dank für den Subscribe Was gesagt Ja, Leute Ich hab gar keine Lust mehr Diesen Button zu drücken Wenn ich ehrlich zeug Groupsum Let's go Ich zäh runter Drei Zwei Eins Eins Ohh Zwei 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 Das war's für heute. Genau, den wollte ich. Genau, den wollte ich. I am Tronix. Ich hoffe, du ziehst noch Hashtag OZ-Fighter. Hoffentlich. Wenn der kleine Seggel da hinten, der ist nicht featured, gell, dieser Goku. Die haben den zweimal gezogen, Alter. Nicht featured haben wir zweimal diesen kleinen Penner gezogen. Wisst ihr, wie gering die Chance ist? Ich muss genau zur perfekten Zeit diesen Apfel inhalieren, damit ich Wiss auf... damit Wiss-Animation kommt. Ja, hat Spaß gemacht. Geil. Nice S. Ja, der hat doch letztens ein Dunkeln Awaken bekommen. Ja. Ja, die wollte ich. Ja, 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 ja. Also, Leute. Kurze, schmerzlose Samz. Wer hat mich fürs Zusehen? Und dann... Ja, mit San Fidiot-Karakter, aber... Ich glaube, es sind Golden Freeze, aber ich wollte den ja vorhin. Ja, ich bock auf den jetzt gleich. Gucken wir uns, heute mein erstes Name Goku-Dip gezogen. Öff, auf was soll ich den Skillen? Ja. Name Goku kann durch die Passives critten, oder? Nachdem er zum Super Saiyan wird. Kannst 14 Crit, 12 Edition Attack gehen oder direkt 15 Edition Attack, 11 Crit. Weil er kann ja auch nach der Transformation Defense decken. Ja. Also, einen Feature-Charakter haben wir, Leute. Oder es könnte auch ein LR sein, die Animation, richtig. Für Bewegungssatz zum GSR-Slot, ne? Jetzt bin ich mal drauf gespannt. Was tippt ihr denn so, Leute? Was tippt ihr denn so, ohne zu spiegeln? Ja. Welchen? Ja. 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 1. 4. 5. 6. 7. 8.